Alles ist, alles ist relativ normal. Alles ist, alles ist uns manchmal echt egal. Wenn Einstein hatte, nur ne Bier in Mathe und war später mal total genial. Regeln, die Karte, Formeln und Daten, Fakten, Fakten. Alles willst nicht raten wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte nie was öffnen, gehen mit meiner Maus bei mir zu Hause in meinem Bett durchs Internet. Leute, keine Panik, ich check die Lage, wie der Käpt'n der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen. Himmel, was soll denn das bedeuten? Seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Ihr wollt doch nicht etwa dieses Ungetüm in mein Aquarium setzen. Na, wie wär's denn zum Beispiel damit, wenn ihr ihn da hineinsetzt, wo ihr ihn eigentlich rausholen wolltet? Sehr nett, aber ihr könntest den gleich wieder mitnehmen. Echt stark, das Ei ist gar nicht kaputt gegangen. Haben sie das Ei vorher drei oder 30 Minuten lang gekocht? Ha, weder noch. Bitteschön, und weil du's immer noch nicht glaubst. Mama, ich hab hier alle meine Freunde. Wir sind hier zu Hause. Was ist das denn für ein Zuhause, wo alle hinter deinem Rücken tratschen und tuscheln? Wo sich jeder über uns das Maul zerreißt, seit dein Vater im Knast ist? Hallo, jemand hier? Papa. Atze, jetzt guck doch nicht so. Ich bin doch kein Gespenst. Aber was machst du denn hier? Keine Angst. Ich bin hier ausgebrochen. Junge, meine Unschuld ist erwiesen. Ja. Ich bin aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Ganz regulär. Und endlich wieder zu Hause. Ja. Echt? Ja, echt. Obwohl ich gesagt hab, dass wir gar nicht zusammen waren? Komm. Ist schon okay. Im Gegenteil. Das war falsch für mich, zuzulassen, dass du mir ein Alibi gibst. Tut mir leid, Atze. Aber wieso ist denn jetzt plötzlich Ihre Unschuld bewiesen, wenn Sie kein Alibi haben und Ihre Fingerabdrücke auf den Benzinkanistern sind? Oh. Deinem Freundin traut den Braten wohl nicht so ganz, hm? Nein, so hab ich das jetzt nicht gemeint. Nein, nein, nein. Es ist schon okay. Ach ja? Und wieso glaubt ihr die Polizei auf einmal? Also, die haben, na ja, sie haben den wirklichen Täter gefasst. Die Wahrheit, die setzt sich halt auch rüber durch. Ja. Da wird Mama aber Augen machen, wenn sie nach Hause kommt. Und einige andere auch. Das Förderausschussverfahren ist abgeschlossen. Die Gutachter haben Philipp eine überdurchschnittliche Intelligenz bescheinigt und befürworten einen Schulwechsel. Herr Schwerst, ich weiß, dass Sie und Ihre Frau Zweifel hatten, ob Sie diesem Schulwechsel zustimmen sollten. Aber ich weiß auch, dass Sie richtig gehandelt haben. Stimmt's, Philipp? Klaro. Dann darf ich dich also jetzt ganz offiziell als neuen Schüler auf Schloss Einstein begrüßen. Herzlich willkommen, Philipp. Danke, Herr Dr. Stolberg. Tja, was soll ich sagen? Also, viel Glück und mach uns keine Schande. Nein, Paps. Welches Wort war das denn? Oh Mist, Salz verschütten, das bringt tierisch Unglück. Hat es schon, das Ei kann ich vergessen. Nein, im Ernst. Bist du etwa abergläubisch? So nach dem Motto, spinne am Morgen Kummer und Sorgen. Ein bisschen bin ich es ja auch. Auf der Bühne sind so ziemlich alle abergläubisch. Bin bei einem Auftritt, Marc, werde ich die im Ballettsaal geflogen. Für allen Zuschauern total peinlich, oder? Na klar. Und was hat das jetzt mit Aberglaube zu tun? Na, jemand hat mir Toi-Toi-Toi über die Schulter gespuckt und ich habe Danke gesagt. Ach, darf man das nicht? Auf gar keinen Fall. Das bringt tierisch Unglück. Sonst geht auf jeden Fall was schief. Quatsch, du warst einfach nur aufgeregt oder hat es nicht genug geprobt. Wisst ihr eigentlich, warum sich Leute Hals- und Beinbruch wünschen? Aus Bösartigkeit? Nee, das hat mir ein Schauspieler erklärt. Sag schon. Wenn dir jemand Hals- und Beinbruch wünscht, dann denken die bösen Geister, der Spruch wäre ernst gemein. Und so brauchen sie sich nicht, um dich zu kümmern. Ein Spruch gegen Gespenster, also. Ach was, wir leben doch nicht im Mittelalter. Und böse Geister, die gibt es nicht. Ja, das war ganz schön hart. Aber, weißt du, wenn du mal ein paar Tage in so einer Gefängniszelle gesessen hast, dann begreifst du, was wirklich wichtig ist und was nicht. Naja, zum Beispiel hätte ich mich ein bisschen mehr um dich kümmern müssen. Bist mein Lieblingssohn. Kein Wunder, du hast ja auch nur einen. Du, das ist doch der Werner. Da staunt aber einer, oder? Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Was? Ah. Ah. Ja. Tag. Tag. Und vielen Dank, dass Sie in letzter Woche so vorbildlich zu meiner Frau gehalten haben. Sehr beeindruckend, oder? Ja. Ah. Ja. Nichts für ungut, ja? Ah. Okay. Tschüss, ciao. Falscher Hunter, oder? Was guckst du? Ach, nix. Na ja, fahr schon mal los, Arzt, sonst kommst du doch zu spät, ha? Komm, komm, komm. Viel Spaß an der Schule, Junge. Ab! Ja, tue tue. Du kannst nicht beweisen, ob das Quatsch ist oder nicht. Natürlich geht das. Und wie? Man müsste nur an eine Statistik kommen, die überprüft, ob zum Beispiel am Freitag, dem 13. mehr Unfälle passieren, als an anderen Tagen. Es gibt Theater, die am 13. gar nicht spielen. Echt? Wahrscheinlich, weil alle Theaterhainiesten Dinger an der Waffel haben. Und warum haben dann manche Fluggesellschaften die 13. Reihe ausgelassen? Weil sich da keiner hinsetzen will. Ich vermute, ihr streitet nicht gerade über das Thema unserer heutigen Unterrichtsstunde, oder? Kim ist aber, glaube ich, und Monika findet das bescheuert. Sebastian, bitte, du brichst ja noch den Hals. Halt zum Beinbruch, Sebastian. Wir reden nämlich gerade über das Thema Aberglaube. Die sind hier alle abergläubisch. So, so, über Aberglauben, also. Was habt ihr denn dabei herausgefunden? Monika meint, dass die Menschen damit schon immer ihre Angst für etwas Unerklärlichen besiegen wollten. Früher hatten die Menschen eben keine Ahnung. Sie dachten, dass bei einer Sonnenfinsternis gleich die Welt untergeht. Trainer von Fußballvereinen zum Beispiel, die zählen immer die Sachen an, die sie beim letzten Sieg reichen Spielern hatten. Stimmt, die werden auch nie gewaschen. Eee, das muss doch stinken. Spinner am Morgen, dann kommen wir uns Augen. Ich kenne das aber ganz anders. Spinner am Abend, erquickend und lahmt. Eee, ich finde Spinnen eklig. Das hat nichts mit dem Spinnentier zu tun. Aber nehmen wir mal genau dieses Beispiel. Darin wird deutlich, wie bestimmte Erfahrungen zu Vorurteilen führten. Das sicher auch. Aber vor allen Dingen zeigt es auch, dass Aberglaube nicht nur negativ verstanden werden darf. Wie jetzt? Aberglaube soll nicht nur negativ sein? Also diese beiden Sprichwörter stammen von den schlesischen Webern und spiegeln deren Lebensumstände wieder. Wer nämlich schon morgens am Spinnrad saß, der hatte keine Arbeit. Und wer keine Arbeit hatte, hatte weniger Geld und dafür umso mehr Hunger. Darum also Kummer und Sorgen. Das leuchtet doch ein, oder? Klar, aber worum heißt es dann Spinnen am Abend, erquickend und lahmend? Das will ich doch gerade erklären. Dann hatte dieser Mann nämlich tagsüber schon als Tagelöhner sein Geld verdient und setzte sich dann erst abends ans Spinnrad, um noch ein Zubrot zu verdienen. Also mehr Geld und weniger Hunger. Genau so ist es. Also wenn Sie das so sehen, dann glaube ich ab heute auch, dass eine Spinne am Abend erquickend und lahmend ist. Eva, bitte. Ich glaube, du musst jetzt gehen. Meine Frau kann nicht noch umgekommen. Erst wenn du mir versprichst, dass du mit deiner Frau redest. Naja, ich mache es ja. Ich brauche nur noch was Zeit. Ich warte schon lange genug, überhaupt. Hallo, Karin. Hallo. Äh, Karin, das ist, äh, Frau Schwarz. Sie ist, ähm, sie ist geschäftlich. Sie berät mich wegen der Versicherung und der Gastnummern gelassen kann. Hör auf! Ich, ich bin Eberhards Freundin. oder Geliebte, wenn Sie es so nennen wollen. Und ich habe schon lange von diesem Versteckspiel genug. Wissen Sie, warum Eberhard überhaupt aus der Untersuchungshaft entlassen worden ist? Er war zur Tatzeit nämlich bei mir. Und das habe ich der Polizei auch gesagt. Nun gib es doch endlich zu, Eberhard. Ja, stimmt. Hey, Atze, warte doch bitte. Als Ihr Mann damals weg war, tagelang da, war er auch bei mir. So lange geht das also schon. Seit über einem halben Jahr. Es tut mir leid, dass Sie es so erfahren müssen. Verlassen Sie auf der Stelle meine Wohnung. Aber hat sie nicht mehr erwischt. Wenn du bis heute Abend nicht bei mir bist, dann... ...brauchst du dich nie wieder blicken zu lassen. Also, Herr Möller möchte eine längere Strecke auf der Autobahn zurücklegen. Das Tempo ist nahezu gleichbleibend. 90 kmh. Die Strecke hat eine Steigerung von 5%. Wie ist der Ort, wo Herr Möller hin will? Wie viel benötigt er bei 20 Minuten? Wie viele Minuten benötigt er zu 45 km entfernten Raststätte? Also, Moment mal, ich geb ein. Wie schnell wurde er? 90 Sachen. Also, 90 km durch 5 und dann durch 20 mal 60, oder? Bist du dir sicher? Die Steigung hat nichts mit der Lösung zu tun. 90 durch 60 mal 20, gleich 30 km. Das wussten wir doch. Also, ich hab nur mal Spaß damit gerechnet. Ach so. Das stimmt echt. Das mit den 5% war eine Falle. Also, ich hätte das nicht gewusst. Ja, klar. Also, kommen wir zur Raststätte. Also, wenn er in 20 Minuten 30 km schafft, wie lange braucht er denn zur Raststätte? 60 durch 90 erstmal, oder? Und was ist denn mit den 30 km? Euer armer Herr Möller kommt wahrscheinlich nie bei der Raststätte an. 45 durch 60 mal 90. Er braucht also 30 Minuten, bis er endlich eine Pinkelpause machen kann. Was ist das überhaupt für ein Steinzeitteil? Dieses Steinzeitteil ist ein Aberkus. Und damit rechne ich mindestens genauso schnell, wie du mit deiner Hightech-Maschine. Mit diesem Spielzeug? Das glaubst du ja wohl selber nicht. Wir können es ja mal drauf ankommen lassen. Du meinst eine Wette, ja? Zum Beispiel. Sagen wir, in 20 Sekunden löse ich jede Aufgabe. Um was wetten wir? Um den Mensadienst. Der Verlierer übernimmt eine Woche Mensadienst vom Gewinner. Okay, einverstanden. Und wer stellt die Aufgaben? Du meinetwegen. Hast du keine Angst, dass ich parteiisch sein könnte? Eine Lösung stimmt oder sie stimmt nicht. Du stellst mir eine Aufgabe und ich muss in 20 Sekunden die Lösung haben. Also gut, treffen wir uns heute Nachmittag. Ich frag doch mal, wie geil du willst, dass man mit so einem Ding alles machen kann. Nur so zur Sicherheit. Wir brauchen irgendwas Interessantes. Einen richtigen Aufhänger. Oh Mist. Scherben bringen Glück. Scherben bringen wirklich Glück. Ich glaub, ich hab die Idee für unsere Zeitung. Ja, ein Artikel über den größten Tollpatsch der Welt, oder was? Nee, über Aberglauben. Über Aberglaube? Ja, wie die verschiedenen Formen des Aberglaubens im Laufe der Jahrhunderte entstanden sind. Bei Frau Delling haben wir auch schon darüber gesprochen. Zum Beispiel, Spinnen am Morgen bringen Kummer und Sorgen. Keine schlechte Idee. Bleigießen, sich beim Zuprusten angucken, wenn der Kuckuck ruft mit dem Geldwörtel klimpern. Da gibt's echt viel. Keine Sorge. Ich hab das hier. Mein Blücksbringer. Monika wird uns alle für verrückt erklären. Für die ist das doch nur Blödsinn. Ach Quatsch. Heimlich klopft ihr doch auch dreimal auf Holz, oder drückt ihre Daumen. Die? Nee. Hey, wisst ihr, was wir machen müssten? Ein Experiment. Wer ist alles abergläubig und wer nicht? Als Aufhänger für den Artikel über Aberglauben. Aha, ich bin dabei. Und wie soll dieses Experiment aussehen? Das muss man sich mal vorstellen. Der hatte die ganze Zeit so ne, so ne Trussi. Kein Wunder, dass er nicht sagen konnte, wo er vor dem Brand war. Da hat er wahrscheinlich gerade mit der rumgemacht. Und was ist mit dem angeblich wahren Täter, den die Polizei verhaftet hat? Keine Ahnung. Der denkt sich doch jeden Tag was Neues aus. Wahrscheinlich war das auch nur gelogen. Der lügt doch nur. Du glaubst, er war gar nicht bei ihr? Was weiß ich. Aber wieso hat er denn nicht direkt gesagt, dass er bei ihr war? Ich meine, er hätte sie ja nicht gleich als seine Freundin vorstellen müssen. Mich würde nicht wundern, wenn er den Schrottplatz doch angesteckt hat. Aber das wäre doch ziemlich dämlich von ihm, sich ein Alibi zu besorgen, mit dem er sich und seine Freundin verrät. Mir ist mittlerweile scheißegal, was stimmt und was nicht. Sollen Sie ihn doch wieder in den Knast stecken, dieses Arschloch? Also, wie können wir Schüler und Lehrer testen, ob sie abergläubig sind oder nicht? Also, ich fände meine Ideen mit dem Glück, das fände ich nicht schlecht. Du weißt doch nicht, warum sich einer danach bricht. Kann ja auch einfach nur Geiz sein. Entschuldigung? Glück kann man immer gebrauchen. Lass mal gut sein. Daran habe ich mich gewöhnt. Du bist schon der Fünfte, der mich heute anpackt. Also, ich komme dann morgen, so gegen Mittag. Ja, sehr gut. Warum soll das eigentlich Glück bringen, wenn man einen Schornsteinfeger anfasst? Anfassen alleine hilft nicht. Da muss schon richtig Ruß am Finger sein. Dieser Ruß, dachte man früher, hilft gegen Hexen, Geister und gegen den bösen Blick. Es gibt auch heute noch Zeitgenossen, die nicht frei von diesem Aberglauben sind. Naja, das kann ja nicht schaden, nicht? Hey, das wär's doch. Hier, was wär was? Und Sie kommen wirklich morgen nochmal vorbei? Können Sie uns vielleicht einen kleinen Gefallen tun? Um was geht's denn? Wir wollen für die Schülerzeitung einen Artikel schreiben über Aberglaube. Und da würden wir gern mit Ihrer Hilfe ein kleines Experiment machen. Das darf aber keiner wissen. Verstehe. Ihr wollt mir den schwarzen Peter zuschieben? Einverstanden. Und was kann ich für euch tun? Bier! Fertig! Und was hast du raus? Die Wurzel aus 576, wolltet ihr wissen? Na was ist nun? Weißt du's oder weißt du's nicht? Naja, die Aufgabe war schon schwieriger als die anderen. Es ist doch keine Schande, wenn du... Die Wurzel aus 576 ist 24. Stimmt, 24 ist richtig. Na klar ist das richtig, ihr Nasen. So, du übernimmst dann also meinen Mensadienst für eine Woche. Wir fordern Revanche. Wir setzen den Mensadienst auf vier Wochen. Vier Wochen? Bitte, mir soll's recht sein. Die nächste Aufgabe? 138 zum Quadrat durch fünf. Achtung! Und 3808,8. Das gibt's doch nicht. Wie kann man mit dem Schrott her so schnell rechnen? Stimmt auch wieder. Ah, so ne Scheiße. Aber du hilfst mir beim Mensadienst. Ja, ja, bleib mal ganz ruhig. Tja, war nett mit euch Jungs. Und viel Spaß noch beim Abbrauen. Halt, warte. Gib uns doch eine Chance. Eine allerletzte Aufgabe. Ist das okay? Spinnst du? Wenn du diese Aufgabe in 20 Sekunden löst, machen wir die obendrein vier Wochen Hofdienst. Wenn du sie nicht schaffst, musst du alles alleine machen. Was sagst du? Hm, ich denk mal auf den Klo drüber nach. Bist du bescheuert? Der ist doch nicht zu schlagen auf diesem Ding da. Ich wollte fair bleiben. Ich hab nur Aufgaben genommen, die man auf dem Ding lösen kann. Na, schönen Dank auch. Ich hab die Geilwürz gefragt. Winkelfunktionen kann man nicht auf den geilsten Aberkuss berechnen. Nicht in zehn Stunden. Ich hab sogar schon die richtige Aufgabe dazu. Atze, bitte. Hör mir mal gerade zu. Es tut mir leid, dass du das da vorher mit anhören musstest. Mir tut das nicht leid. Mensch, Atze. Als Mann darfst du es nicht immer leicht. Du willst treu sein, klar, aber... Was du nicht kennst, das macht den neugierig. Verstehst du? Hau endlich ab, du nervst. Verstehst du das nicht? Ich... Ich wollte unsere Familie nicht belasten. Deshalb hab ich der Polizei erst dann von Eva Gorschwarz erzählt, als es eben nicht mal anders ging. Kannst du das da nicht durchstehen, Junge? Nein, zieh doch hier nicht so ne peinliche Show ab. Das ist doch keine peinliche Show, so ein Käse. Frau Schwarz muss das völlig falsch verstanden haben. Du, ich habe nie ein Wort erzählt, dass ich zu ihr ziehen will. Das ist doch auch wieder nur ne Lüge. Ich nehm dir das nicht mehr ab. Atze, Atze, bitte, komm. Lass mich und Mama in Ruhe, hau ab. Was soll denn das, Karin? Nimm deine Sachen und geh! Du, Karin, der... Der senkt doch mal den Jungen. Ich meine, der Junge, der braucht mich doch. Atze. Mein Vater, der immer lügt, den brauche ich nicht. Ich bin immer für dich da. Das solltest du wissen. Okay. Und? Hast du es dir überlegt? Revanche? Okay, der Deal gilt. Das finde ich echt fair von dir. Ja, wirklich. Ach, hat auf zu quatschen. Also, wie ist die Aufgabe? Wir probieren das mit einer Winkelfunktion. Mit einer Winkelfunktion? Klar doch. Nehmen wir mal an, eine Eisenbahnstrecke soll ein Fluss überqueren. Mit einer Höhe von 13,80 Meter. Und der Steigungswinkel darf nicht höher als 1 Grad sein. Also, wie lang ist die Strecke? Ihr wollt jetzt von mir die Länge der Strecke hören. Ab jetzt. Stopp! 20 Sekunden sind vorbei. Das Ergebnis ist 785 Meter. Verdammt, das stimmt schon wieder. Ach, du bist doch echt der größte Blödmann, die es auf der Welt gibt, ey. Also, rechnen wir doch mal zusammen. Also, rechnen wir doch mal zusammen. Eine Woche Mensadienst plus weitere Viermacht. Fünf Wochen Mensadienst plus vier Wochen Hofdienst. Nicht schlecht, Herr Schwicht. Aber ich bin mir sicher, die Arbeit in der frischen Luft wird euch gut tun. Ich werde jetzt nicht glauben, Mann. Die haben eben einen festgenommen, der gerade eine Scheune anzünden wollte. Echt? Und? Was, mein Vater? Ach, Blödsinn. Die in der Eistilie haben sogar gesagt, der hätte alles zugegeben. Der hat alles Mögliche abgefackelt. Auch euren Schrottglanz. Also ist dein Vater wirklich unschuldig. Anscheinend kam mein Vater Hellsee. Der wusste nämlich schon gestern, dass man hier wirklich einen Täter gefasst hat. Was denn los? Freust du dich gar nicht? Deine Mutter hat gerade seinen Vater rausgeschmissen, weil der eine andere hat. Was? Ja, der ist für mich gestorben. Ich will ihn nie wiedersehen. Oh Mann. Ich weiß, wie man sich da fühlt. Ich hab's ja selbst miterlebt. Aber dein Vater hatte wenigstens nicht so eine Tussi. Keine Ahnung. Ich fand's auf jeden Fall trotzdem ziemlich hart, als sie sich getrennt haben. Und dann sollte ich mich auch noch entscheiden zwischen meinem Vater und meiner Mutter. Also mir würde die Entscheidung leicht fallen. Wie ist es denn jetzt auf einmal alles rausgekommen? Wenn es diesen Pyroman nicht gegeben hätte, wahrscheinlich wär's nie rausgekommen, dass er einen Partner mit der anderen rummacht. Ja, und? Du kannst es doch als Glück sehen. Jetzt seid ihr diesen chronischen Lügner endlich los. Na, vielleicht kann man's so sehen. Wie sollen wir denn rausfinden, wer ihn angefasst hat und wer nicht? Stimmt. Das ist eine Lücke in unserem Plan. Ach, verdammt. Keine Sorge. Die kluge Frau baut bekanntlich vor. Ja. Äh, was willst du denn damit? Dreimal darfst du raten. Fotografieren. Hier. Der ist für dich. Du gehst nachher in den Waschraum der Jungen und fotografierst jeden, der sich den Ruß abwaschen will. Und wir überwachen den Waschraum der Mädchen. Gute Idee. Sie bleiben doch noch ein bisschen, oder? Wir wollen doch, dass möglichst jeder Glück hat. Guten Morgen. Guten Morgen. Viel Glück. Schönen Tag noch. Morgen, Herr Dr. Schmerz. Guten Morgen, Frau Debbie. Tja, man weiß ja nicht. Schönen Tag noch. Siehst du, sogar Gopi und die Selling sind aber, gläubig. Morgen. Das überrascht mich gar nicht. Ich hole mir auch eine Portion Glück. Ich habe keine Lust, mich noch mal mit dem Fahrradkurschen zu nehmen. Ich hole mich. Wisst ihr, was ihr jetzt habt? Schwarze Finger, toll. Ruß kann man abwaschen. Ohne Glück nicht. Boah, es ist kalt draußen. Mist. Ein Aberkurs kann keine Winkelfunktion. Von wegen. Ich habe Frau Geilwitz gefragt. Und die hat mir extra gesagt, dass man Winkelfunktion nicht mit diesem Ding berechnen kann. Weiß ich doch nicht, wie der das gemacht hat. Kann ich auch nichts für. Na, wie war der Hofdienst? Hoffentlich habt ihr eure Sache gut gemacht. Nachher heißt es noch, ich hätte meinen Hofdienst nicht ordentlich erledigt. Du hast geschummelt. Winkelfunktionen kann man nicht mit einem Aberkurs berechnen. Man sollte sich nicht zu sehr hierauf verlassen. Sonst landet man noch beim Schneeschippen oder Müll aufsammeln. Natürlich kann man mit so einem Ding keine Winkelfunktionen berechnen. Aber hiermit kann man das. Du hast mit dem Kopf gerechnet? Richtig, Franz. Ich sehe, wir verstehen uns. Wie bitte? Dann hast du getrickst. Die Wette war, die Aufgabe mit dem Aberkurs zu lösen. Genau, das ist unfair. Wisst ihr was? Mir eine Aufgabe zu stellen, die ich mit dem Aberkurs überhaupt nicht rechnen kann. Das nenne ich unfair. Rache ist Blutwurst. Überführt. Auch abergläubisch. Na und, ich stehe dazu. Noch viel Glück beim Experiment. Danke. Halt zum Beinbruch. Toi, toi, toi. Dann, da darf man nichts sagen. Was ist denn das für ein Experiment? Rudi, Laura und Vera haben den Schornstein-Tweger dazu gekriegt, sich extra lange im Foyer aufzuhalten. Wir wollen testen, wer alles abergläubisch ist und wer nicht. Und wenn das so weitergeht, ist Monika am Ende die Einzige, die Limerick noch nicht angefasst hat. Willkommen im Klo. Alles ist, alles ist relativ normal. Alles ist, alles ist uns manchmal echt egal. Selbst Einstein hatte nur ne Vier im Mathe und war später mal total genial. Alles ist, alles ist. Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain, der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.